Es muss sehr schön sein, deine Heimat. Aber warum bist du dann geflogen? Geflogen, ich bin nicht geflogen. Wir haben gekämpft und ich wurde verfolgt. Dann hat sie wohl sehr viele Feinde, deine Heimat. Gehabt, ja. Aber jetzt sind wir mitten im Kampf, um sie zu vertreiben. Und deswegen muss ich unbedingt so schnell wie möglich rüber. Ich bin nicht so schnell, ich bin nicht so schnell. Geht! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020